ersten hallo schönen guten tag der grund warum wir uns heute an euch wenden ist dass wir auf dem schnellsten wege eine erfahrene friseurkraft suchen eine langjährige mitarbeiterin bei uns muss uns leider verlassen da sind doch ganz traurig drüber und suchen jetzt einen ersatz der ihre stammkundschaft übernehmen kann sie ist vorhanden insofern solltest du auch erfahren sein sie hat eine große kundschaft eine hochwertige kundschaft und wir würden uns freuen wenn du dich bei uns bewirbst bei uns gibt es strukturierte arbeitszeiten ohne überstunden dich erwartet ein sicherer und auch langfristiger arbeitsplatz wir arbeiten im team auf augenhöhe und freundschaftlich miteinander bei uns erwartet sich ein tariflohn zusätzlich ein leistungslohn du erhältst bei uns erholungsbeihilfe und wir haben eine betriebliche altersvorsorge bewerben kannst du dich bei uns per e mail du kannst dich telefonisch melden oder wir freuen uns auch wenn du einfach im salon vorbeischaust und wir uns näher kennenlernen können wir würden uns freuen wenn genau du dich auf diesem wege bei uns meldest wir freuen uns auf dich und bis bald